Habe ich irgendwas im Haus übersehen? Du musst das Schloss aufmachen. Echt das Schloss an der Tür? An dem... Aber wie denn? Ich... Hä? Bitt! Juck, hat die Nase entschuldigt. Bitt! Ach so! Ach, um Gottes Willen. Warum auch einen Hinweis geben? Ernsthaft? Ja... Oh Gott! Oh Gott! Ist das furchtbar! Oh Gott, ist das furchtbar! Er ist Batman! Zur Kirche! Ah, hier! Das Intro-Bild quasi! So, was haben wir hier? Gehen! Hey, ein Wimmelbild! Juhu! Alte Uhr, Meißel, Kranz, Schal, Eule, Pils, Glühölchen, Brieftasche, Medaillon! So, ähm... Medaillon... Medaillonjong... Kranz... Kranz ist hier oben... Hinter... Mein Kopf ist irgendwas gewesen... Da war das Glühwürmchen... Der Pilz ist hier... Brieftasche ist... Das ist doch eine Brieftasche, wollte ich gerade sagen! Guck mal, durch! Da ist der Meißel... Schale ist... Das ist ein Zylinder, ne, oder? Ja... Wäre der sein können... So... Eule, Pilz... Oh Gott, ähm... Ich muss mal eben anders hinsetzen... Kleinen Moment... Eben... Boah... Ich muss mal eben... So ein bisschen mir mein... Mein Beinchen... So ein bisschen umschlagen... Weil sonst... Ah... Sitze ich nicht richtig... Und auf dem Stuhl... Ah... So das Bein so umschlagend ist... Ach, Schal! Ich hab Schale gelesen... Entschuldigt bitte! Schal, nicht Schale... Schal liegt hier, ja... Eule... Alte Uhr... Alte Uhr ist hier... Und die Eule ist hier... Ich hab Schale gelesen... Ich weiß nicht, wie ich auf Schale kam... Kraft Dracula... Ein Meißel... Uh... So, was haben wir noch hier? Ähm... Es muss eine Treppe zum Glockenstuhl... Hinauf geben... Glockenstuhl... Zum Friedhof... Guck mal hier... In die Kirche... Glockenstuhl... In Trance... Alle Bewohner... In der Kirche versammelt... Und in... Eine Art Trance verfallen... Nur Hinweise... So, ähm... In Trance verfallen. Statue? Die Glocke? Es scheint die Glocke war eine Art Medium, um die Bürger von Marple Creek zu hypnotisieren. Zu verhexen? Und sie für irgendein dunkles Ritual zur Kirche zu locken? Ich muss die Glocke zum Schweigen bringen. Statue? Hier. Das... Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. 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 So. Okay. Einfach mal alles ausprobieren. Irgendwas wird schon richtig sein. So, was haben wir hier? Ich gehe lieber keinen Schritt weiter. Diese Leute machen mir Angst. Ich reiße einfach den Kronleuchter hier runter und rufe so. Und Tag. Bin der Flex. Alles klar für euch? So. Okay, die sind am Beten. Dann würde ich sagen, lasst mal die mal in Ruhe beten. Aha. Ein nettes Zimmer. Okay. Jetzt haben wir hier. Ein Friedhof. Da haben wir ein Mausoleum. Ansonsten ist hier nichts. Ich schaue nochmal eben. Seltsam. Kein Schloss am Tor. Oh, warte mal. Da können wir die Schiere benutzen. Schnipp, 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 schnipp. Was ist das denn? Sieht aus wie eine Vertiefung für irgendetwas. Aussparung. So. Eine Aussparung. Hm. Haben wir aber noch nicht. Wir haben... Wir haben immer noch einen Lappenmeißel. Wofür können wir den Meißel denn benutzen? Ah, ich sitze mal noch aufs Bein. Das ist ein Dins. Wofür können wir denn den Meißel benutzen? Ich bin gerade am überlegen. Haben wir irgendwo, wo wir so eine Art Meißel brauchen? Da wird irgendein... Ach, ich weiß noch. Ich glaube, für den... Ah, für die Kater am Baum. Ne? Kann das sein? Hier? Dass wir hier den Meißel brauchen? Ne. Ne. Den Meißel... Wofür brauchen wir denn den Meißel? Da brauchen wir den... Da brauchen wir irgendwie so ein Tuch. Also so... Warte mal, da lag was, oder? Ah, ne, doch nicht. Ich dachte, hier unten ist irgendwas am liegen. Ähm. Dass wir... Ne? Ich muss immer, wenn ich hier drin will, lachen wie ein leichtes Bild hier. Und das ist so... Leiche im Keller und zu viele. Na? Der Meißel. Wofür ist denn der Meißel? Oder brauchen wir den später? Ist hier noch ein Wimmelbild? Nö, der liegt immer noch hier. Wo müssen wir... Wo müssen wir als nächstes hin? Ist die große Frage. Hin! Rumpfimmeln! Telefonhörer! So... 10 Dollar. Hab ich gerade da gesehen. Hab ich gerade... Da, 10 Dollar. Flugzeug... Zucchini, Seil, Gabel, Taube... Taube... Ne, Taube ist ein Vogel. Taube ist auch ein Vogel, aber... Kaugummi, Zucchini ist hier. Kaugummi... Regenfurm. Gott, ah, hier. Gabel. Eine Gabel? Wo ist eine Gabel? Ist hier oben gewesen? Hinter meinem Gesicht? Nur mal zur Sicherheit immer, ne? Wenn ich da... Das ist doch das, die Taubel. War ich schon auf dem richtigen Weg? Seil ist hier. Kaugummi. Gott. Das kann ja nicht groß sein, ne? Telefonhörer ist hier hinten drin. Eine Gabel... Ein Flugzeug... Ist hier Flugzeug? Ist hier Spielzeugflugzeug? Eine Gabel und Kaugummi. Gabel oben, Mitte im Brunnen. Ach doch, da hat er Sache. Hab ich gar nicht gesehen. Lol. Ähm... Wo ist das Kaugummi? Da sind Pillen am liegen. Da liegen irgendwelche Pillen rum. Hier ist ein Kaugummi. Ernsthaft. Ein Seil. Jetzt haben wir ein Seil bekommen. Können wir mit dem Seil den Haken im Keller befestigen? Würde mich jetzt mal brennend interessieren. Kann ja... Kann ja gut möglich sein, ne? So, warte. Ja, jetzt nehme ich das und benutze das hier für den Korken oder wie? Nein, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ich muss erst den Keller überschwemmen und die Leiche dann mit ertränken lassen. So, ab zum nächsten Wimmelbild. Lippenstift habe ich schon gesehen. Habe ich mir behalten. Ventilator. Schlüssel. Signalhorn. Fliege. Kaktus. Latschen. Latschen ist hier. Ankekreuz. Was ist denn ein Ankekreuz? Radmutter. Hey, du bist voll die Radmutter, Alter. Wo? Signalhorn. Schlüssel. Fliege. Signalhorn. Na? Schlüssel? Hallo? Schlüssel ist doch hier. Gerade aufgeklickt. Funktioniert denn nicht? Ähm... Eine Fliege? Ankreuz auf dem Skateboard. Ach, hier. Tatsache. Dankeschön. So, Ventilator. Ventilator kann doch nicht klein sein. Muss doch irgendwo hier rumstehen, will? Da ist die Fliege. Ich habe die Fliege gefunden. Da ist der Ventilator. Der Kaktus. Da ist der Kaktus. Und jetzt noch die Radmutter. Da war ich schneller. So. Die Radmutter. Äh... Da ist noch ein Schlüssel dafür. Wo ist die Radmutter? Die Radmutter. Radmutter zwischen Wecker und Gummiente. Das war doch Schrauben. Da war doch keine Radmutter. Ernsthaft. Wir haben einen Schlüssel für... Einen rostigen Schlüssel. So. Wir haben einen... Hinterhaken. Seil. Ich frage mich, wofür der sein kann. Wofür ist der Schlüssel? Jetzt kein Wimmelbild mehr. Alles abgewimmelt. Wollte ich gerade sagen. Das waren Schrauben. Habe sogar ich auch gesehen. Also... Sind wir schon mal zu zweit. Kann ich hier das Seil benutzen? Damit bringen wir auf jeden Fall die Glocke zum Schweigen. Merkwürdig. Der Glockenmechanismus ist kaputt. Doch die Glocke schlägt un... Ermüdlich weiter. Die Glocke ist aus der Nähe noch unheimlicher. Dieses dämonische Licht. Ich kann ja mal nichts tun. Doch. Die Aufhängung von der Roste fressen. Sie kann die Glocke noch kaum tragen. Ah, ich verstehe. Da brauchen wir... Da brauchen wir wahrscheinlich dann die Säure, die wir noch nicht haben. Das heißt, wir müssen irgendwie die Säure bekommen. Wo ist noch eine Tür abgeschlossen? Das frage ich mich auch gerade. Wofür ist der Schlüssel? Oder... Haben wir irgendwo noch eine Tür, die abgeschlossen ist? Da ist offen. War ich hier noch irgendwie? Warte mal. Loll. Guck mal, die Füße auf den Boden. Voll den Matsch am reinschleppen hier. Nicht mal die Füße abputzen. Nein, warum denn auch? Ah, ich weiß wofür. Für den Zaun ist das. Bestimmt der Schlüssel, oder? Kann das sein? Ist hier nochmal ein Wimmelbild? Ne. Tatsache. Der eine Opa, der... Der eine Opa, der uns verfolgt hat, der ist ja jetzt in der Kirche am Stehen, ne? Zwecklos. Der Boden ist... Der Boden hat einen Riss. Kein Wasser. Vielleicht haben sie wegen dem... Was? Frühen Frost abgedreht. Was haben wir hier? Eine Scheune. Gehen wir aber erstmal in die Scheune, bevor wir ins Haus gehen. Brieftasche, Mörser. Was? Mörser? Ernsthaft? Lupe, Ente, Schaufel, Umschlag. Zweimal Schlüssel. Spielkarten und Bananenschalen. So, ich wollte nur gucken, ob die Schubladen auf sind. Erstmal gucken, hinter meinem Gesicht ist nichts im Leben. Dann können wir jetzt loswimmeln. So, wo haben wir denn die Bananenschale? Da unten ist er. Zweimal ein Schlüssel. Da liegen schon wieder. Das sind Schrauben. Das sind keine Ratten. Das sind Schrauben. Warte mal. So, Ente ist hier. Die Lupe ist... Habe ich die nicht schon da? Ist die, wo muss ich gerade sagen? Ich habe schon gesehen. Ähm... Zweimal Schlüssel. Zweimal Schlüssel. Schlüssel. Das ist mit Schlüssel nicht gemeint. Ente, 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 ente. Mörser, vor allem auch. Äh, Umschlag. Umschlag ist hier. Eine Schaufel. Schaufel habe ich gerade gesehen. Da ist die Schaufel. Spielkarten sind hier. Brieftasche ist auch hier. Der Mörser und die Schlüssel. Wo sind denn die Schlüssel? Sind da normale Schlüssel mit gemeint? Oder halt so... Werkzeug, Schlüssel... Dingensbums, Maulschlüssel, Ringschlüssel. Da ist eine Schlüssel. Okay. Das sind normale Schlüssel mit gemeint. Uhuhu. Da sind die anderen Schlüssel. Jetzt nur noch den Mörser finden. Mörser unter der Puppe auf der Werkbank. Tatsache. Manchmal ist man so blind und denkt so, was, das war es doch vorher nicht da gewesen. Ich glaube, jeder, der im Wimmelbildspiel gespielt hat, der weiß ganz genau, wie das ist. Wenn du das spielst, guckst du, suchst was und dann irgendwann, keine Ahnung, drückst du mal auf Hinweise oder so und dann sagst du dir so, ne, da hab ich geguckt. Da war nie im Leben so was gewesen. Nie im Leben war da was gewesen. Jeder Wimmelbildspiel erkennt das. Nie im Leben war das da. Obwohl es in Wirklichkeit wirklich da war. So, zoomen. Es geht an eine schmalen Lücke. Mit etwas dünnen könnte ich es hochheben. Dann nimm doch deine Hände. Mann. Warum geht es denn nicht einfach durch die Tür? Verschlossen. Hier scheint jemand zu sein. Okay. Dann können wir ja einbrechen. Ach, das ist das mit dem Bild, was wir gesehen haben. Hübsches Zimmer. Sie scheinen sich wohl gerade zum Abendessen niedergelassen zu haben. Guck mal hier. Hallo. Ich bin's. Peter Lustig. Wahrscheinlich ein Mitglied der Familie. So, was haben wir hier am Schrank? Bett. Auf dem Teil des Schlosses fehlt eine Kachel. Die Kachel ist blockiert. Oh Gott. Ich glaube, wir müssen da noch was holen. Ähm. Sonst irgendwas hier? Ich kann sonst hier nichts tun. Der Typ am Fenster. Alter. Das ist so dumm. So. Ah, hier. Hier geht es auch weiter. Also viel Spaß beim nächsten Rätsel. Ich habe es verflucht. Interagieren. Das Seil sieht eng um den Ast umwickelt aus. Schaufel kann die andere benutzen. So, was haben wir hier? Lalalala. Der alte, monere Zaun passt ganz gut. Und diese Bilderbuchlandschaft. Naja. Vor allem, warum muss man hier nachts immer rumwuseln? Können die nicht am Tage lang gehen? Keine gute Idee. Der Hund ist zu aggressiv. Aber Zaun ist offen. Aber sich hier vorstellen. Mehr sage ich dazu nicht. Okay, dann müssen wir irgendwann weglocken gleich. Wahrscheinlich. Oben am Fenster Lüftungsschach gewesen. Im Haus. Ja, guck mal gleich nochmal. Ich erinnere mich nun. Sie erinnert sich wieder. Die Bruchstücke. Ich war bereits einmal hier. Wow, was eine Erinnerung. So, ähm, zoomen. Das Messer steckt zwischen dem Deckel und dem Kästchen fest. Jetzt haben wir... Ah, was? Immer noch abgeschlossen. Vielleicht sollte ich es den fehlenden Soldaten einsetzen. Nee. Fick dich! Ich kann nicht schwimmen. So. Zoomen. Ich brauche eine Schaufel. Schaufel haben wir. Warte, hier. Das ist eine Matratze? Ich muss ja nichts... Was? Verbrannte Bretter entfernen. Ah, jetzt. Wett. Oh Gott. Ähm... Ja. Hey! Juppie! Gut, dass man sich nicht drehen kann. Ähm... Ist das richtig hier? Ja, das müsste schon richtig sein sogar. Ähm... Der muss hier hin, glaube ich. Der vielleicht hier. Und der... Hier. Ja. Alter. Okay. Der muss... Hallo? Der muss hier rein? Oder auch nicht? Das muss hier hin? Nein. Das muss... Da hat ja auch so viel Platz hier auf dem Tisch, weiße? So. Das muss hier hin. Das muss... Keine Ahnung. Das muss hier hin. Das muss hier hin. Das kommt dann hier hin. Nein. Das... Kommt... Hier. Nein. Das muss hier hin. Das muss da hin. Aha. Ich habe eine Karte gefunden. Was? Tatsächlich. Menschen ähnlich. Ah ja. Ähm... Was wollte ich gesagt? Was? Was? Fleisch mit Schlafpillen. So wie bei Hänger und Wann rein. So. Ähm... So, da waren wir gewesen. Ja, okay. Wir haben neue Hinweise. Eine Karte. Der Fremde 2. Ein Kinderhand hat eine Figur auf der Karte gezeichnet. Und daneben steht Statue. Sieht aus wie der Fels auf dem Foto. Das muss ein Treffpunkt sein. Der Treffpunkt. Vielleicht könnte ich das Münzfernrohr auf dem Turm verwenden, um es zu finden. Dazu brauche ich aber erst Reinigungsmittel. Weil normales Tuch reicht ja nicht aus. So. Das ist... Äh, alu? Nein. 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 Das vielleicht hier. Nein, auch nicht. Das vielleicht hier. Ist ja gut. Okay. Ähm... Dann gehen wir mal zurück. Wie können... Können wir denn hier rauf? Nee. Okay. Können wir irgendwas machen hier? Okay, auch nicht. Dann gehen wir noch mal ins Haus. Und da war wegen dem Lüftungsschacht. Ne? Ah, hier oben. Ah, ja. Ah, ja. Da ist der Würfel, den wir brauchen. Hierfür. Ui, 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 ui. Jetzt wird's spannend. Ah, ich hocke schon mal her. Das Bein. So. Muss man irgendwie einsetzen hier wahrscheinlich, ne? Wett. Ähm. Anweisung. Ordne die Kacheln so an, dass sich ein Bild ergibt. Ist klar. Beginne mit der ersten... Was? Scharniere. Zwei freie Stellen. Sehr nützlich. Richtige Reihenfolge. Ach so. Oh Gott. Um Gottes Willen. Ähm. Okay. Ich versuch mal mein Glück. Ich versuch mal mein Gott.